So richtig toll ist die Stimmung nicht an der Börse, zumindest mal bis eben war es so mehr oder weniger. Der Kurs geht noch weiter nach unten, also in ungefähr die Richtung, wo der Kurs auch hin sollte, wenn es eine echte Korrektur sein soll. Das wäre ja, wir hatten es schon ein paar Mal angesprochen, so gerne die 38er Marke. Das ist kein Must-Have, aber sehr häufig eben der Fall, dass der Kurs zumindest mal dahin geht. Darf auch tiefer gehen. Die Box, die besteht, weiterhin. Wobei das, was wir hier jetzt gerade sehen, kann sein, dass das das tolle Bild ein wenig kaputt macht und vielleicht damit die Korrektur schon beendet. Wir gucken uns auch gleich an, woran das liegt. Also wir sind zumindest mal in die Nähe dieser Kiste gekommen und damit steigt die Chance, dass wir diese Korrektur abgeschlossen haben. Wenn sie denn abgeschlossen wäre, dann müsste die nächste Bewegung vorläufig erst nochmal nach oben gehen. Also sprich, dann wäre der wieder am Drücker hier, denn das war die letzte Haupttrendrichtung. Das ist dann die letzte Korrekturrichtung mit Nähe der Box. Und wenn die tatsächlich abgeschlossen wäre, das gucken wir uns gleich nochmal an, dann müsste es ja halt in die Richtung aller hier nochmal gehen und neue Hochs wären dann eigentlich schon fast zwangsläufig. Sieht also gar nicht so schlecht aus. Ob das jetzt heute so kommt, wissen wir natürlich noch nicht. Aber erste Anzeichen bietet das, was wir hier jetzt haben. Heute Nachmittag nach der Öffnung, beziehungsweise ihr seht das jetzt hier nach 16 Uhr, ist der Kurs recht zügig nach oben gekommen. Und das lässt zumindest mal hoffen, dass das eine ganz andere Richtung ist, als das, was wir hier haben. Denn das ist unser klassisches, ja doch mehr oder weniger dreiwellige Bild, was wir hier eben haben. Und das, was wir hier haben, ist bis jetzt sehr, sehr impulsant. Was wir hier haben, impulsiv und imposant. Naja, es ist klein. Insofern, imposant ist immer so ein Wort. Aber trotzdem zumindest mal eine starke Bewegungsrichtung. Kommt dann irgendwie was Wackeliges in diese Richtung, dann geht das auf jeden Fall nochmal weiter nach oben. Und je weiter es sich hier entfernt von diesem Bereich und damit ja auch überschneidet sich zum Beispiel mit diesen Dingern, umso realistischer ist es, dass es vielleicht doch schon abgeschlossen ist, obwohl wir noch nicht ganz rangekommen sind, sondern nur eben in die Nähe dessen. Gucken wir uns das Ganze beim S&P 500 an. Da ist es sogar fast noch eine Stufe hübscher. Hier hinten zumindest mal hatten wir so eine schöne fünfwellige Geschichte. Dann dieses ABC, ähnlich wie wir es beim Dow hatten. Und jetzt dann nochmal diese scharfe Abwärtsbewegung. Auch hier nicht ganz so weit, wie ich mir es wünschen würde. Also wenn es nach mir ginge und ich will da jetzt nicht bitteln und betteln, aber einmal tiefer würde mir noch mehr Sicherheit geben. Klar, es kann auch weniger weit laufen, aber dann sind die Wahrscheinlichkeiten für das Tief, für das Ende der Korrektur noch nicht ganz so hoch. Und machen wir uns nichts vor, ich finde es schöner etwas zu handeln, was recht wahrscheinlich ist. Das finde ich immer spannender als irgendwas, was möglich, aber eben nicht so typisch ist. Ja, deshalb, wenn ich mir was wünschen darf, einmal runter, wäre noch cool. Aber auch hier gilt die gleiche Situation. Das, was wir hier aktuell haben, ist im Moment der beste Liebesbeweis für den bullischen Markt. Und wenn der Markt sowas macht, alternativ auch nur von mir aus einfach eine ABC, das Ganze triggert, dann werde ich den Teufel tun und nicht short gehen, sondern natürlich hier auf der Long-Seite mich engagieren. Denn dann ist das ja die schwache Richtung und das war die starke. Und dann ist zumindest für heute Nachmittag und vielleicht ja auch schon für länger dann der Weg nach oben wieder offen. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Beim Dow würde ich sagen, das reicht von der Nähe. Hier muss ich sagen, naja, wollen wir mal gucken. Aber was soll ich hier rum lamentieren, solange wir so ein Szenario hier haben, macht es keinen Sinn, über die Long-Seite zu sprechen, genau genommen, über die Short-Seite, Entschuldigung. Zumindest mal jetzt diese Sache jetzt hier deutet auf die Aufwärtsrichtung vorläufig hier. Nasdaq sieht ähnlicher aus, müssen wir eigentlich gar nicht groß diskutieren. Nur, dass die Form hier eine komplett andere ist, die wir hier haben, das ist nicht mit fallenden Hochs, fallenden Tiefs. Also fallende Hochs, ja, haben wir. Aber die Tiefs sind steigend. Manch einer wird sich erinnert fühlen und sagen, könnte das nicht vielleicht sogar irgendwie was wie ein Dreieck sein? Ja, jetzt landläufig gesagt Dreieck. Ja klar, ist doch Dreieck. Was will er denn? Ist doch keine Frage. Das Interessante wäre nur, wenn das wirklich diese klassische Elliott-Dreiecksformation ist, also eine A, B, C, D, E, jepp, dann würde es weiter nach oben gehen. Das wäre allerdings dann eigentlich ganz sicher. Ich sage das mal so mit ein bisschen nach hinten gezogenen Mimik, weil ganz sicher ist an der Börse immer eine ziemlich starke Aussage. Aber nach Elliott wäre nach einem Dreieck, nach einem Contracting Triangle, so wie wir es hier jetzt hätten, das ist die letzte Fortsetzung, die letzte Korrektur nach der letzten Fortsetzung. Sprich einmal kommt dann noch und dann ist erst mal Pause, Schicht im Schacht. Auch das bedeutet jetzt nicht Nasdaq bei 1000, 10.000 jetzt hier unbedingt. Aber das heißt, dass dann zumindest mal diese Aufwärtsrichtung vorläufig begrenzt ist und eigentlich das hier schon Teil einer Korrektur ist, sprich, dass dann sowas nochmal käme. So ganz abwegig fände ich das gar nicht mal, denn ich muss ganz ehrlich sagen, die Aufwärtsrichtung aktuell, ja gut, kann ja durchaus sein, allerdings müsste er das hier noch triggern. Aber wir sehen ja auch hier, dass wir diese Aufwärtsbewegung, zack, hier A, B, C, wenn er das triggert, ja dann soll er doch nochmal einmal hier hochlaufen. Und dieser Rücksetzer, der wäre ja schon fast wieder passend zu dem, was wir beim DAX gesagt haben, nämlich, dass der Kurs anschließend nochmal nach unten kommt. Grund genug, mal einmal auf den DAX zu gucken. Gucken wir es mal hier an, da hatte ich ja diese eingezeichnet. Wir sind hier wohl offensichtlich noch in dieser Korrektur drin, so sieht das hier halbwegs aus. Schub nach oben, wackele ich hier nach unten. Jetzt dieses Endstück, das wäre ungefähr vergleichbar mit dem, was wir beim Nasdaq gesehen haben und dann nochmal hier runter. Ich will das nicht nochmal wieder argumentieren, warum ich das sehe. Das habe ich in den letzten Wochen so häufig gemacht. Das ist jetzt kein Must-Have hier, aber es wäre halt auch dann wieder das typische Bild, damit sich die Schrift erfüllt, damit es eben das klassische Bild widerspiegelt. Und dementsprechend würde ich mich eigentlich freuen, wenn das passiert. Denn dann kann man eigentlich ganz beruhigt erstmal wieder auf die Long-Seite gehen, weil dann haben wir eine schöne Korrektur. Die ist nicht zu groß, aber sie ist auch nicht klein genug, als dass, wenn dann der Kurs nach oben läuft, die Aufwärtsbewegung nicht noch ein gutes Stück weiter gehen kann. Es nützt ja nichts, wenn wir sagen, ja, aufwärts, ja, 100 Punkte kann er noch. Am liebsten hätten wir noch gerne 1.000, vielleicht 2.000, vielleicht sogar noch mehr. Und dafür wäre es natürlich noch schöner, wenn der Kurs eben genügend Platz hätte und nach so einem Rücksetzer wäre das eben sehr, sehr typisch. So, aber aktuell bin ich ganz klar eher auf der Long-Seite verortet. Also ihr seht, das Grundprinzip ist allerdings immer das gleiche. Beim DAX ist es wohl noch ein bisschen, naja, zögerlicher. Da seht ihr nochmal, Schub nach unten, wackelig nach oben. Aber trotz alledem, insgesamt denke ich mal, sollten wir die Aufwärtsrichtung für den amerikanischen Markt hier vorläufig erstmal annehmen. Also das ist das Ding, was ich da auf jeden Fall gerne im Petto habe. Das Ding, Schub nach oben, wackelig nach unten. Sucht euch euren Lieblingsindex aus, wo ihr das Ganze dann gegebenenfalls für die Umsetzung dann nutzen könnt. Soweit mal die Überlegung zu den Indizes. Euch jetzt erstmal alles Gute, ganz liebe Grüße und einen wunderbaren Handelsnachmittag.